Soll ich nicht daran draufgehen, dass wir von der hohen Klippe runterfallen? Also es gab schon ein paar Indies, die von der Klippe runtergefallen sind. So ist es nicht. Nicht aus Versehen, die jemanden stechen. Die Indies hatten wir doch schon, wo die Welt erstochen haben. Schrotflinte. Ach verdammt. Sicherheitsmechanismus. Wir müssen uns schießen lassen. Bestimmt auch noch ein Ending, wo wir den Duke und Fürstner schießen können. Kommen wir mit der Waffe hoch? Nein, glaube ich nicht. Ok, was machen wir nun? Ok, was haben wir hier? Obgeregelt. Nur mit Pistole können wir da nicht. Das führt nichts. Den Haken bräuchten wir noch dafür. Wir können den Stein erschließen. ёл captions durch. Ja. Musik Die können wir es nur hier wieder bringen. In dem Tapferen Kampf gestorben. k Ist das Geräusch? Marsch, Marsch! So, Nodes! Gut, das war meine Absicht. Wir nehmen uns erst die KDH in den Haken und dann die Kanonen noch. Schwer zu haken, Kanone. So lautet die Mission. Äh, was? Eine Bohne, ne? Oh, danke. Und wo die wohl hinführt? Ah, hier auf die Wolke! Können wir nicht das? Ah, ne, das ist der blaue Gipfel, oder? Ne, das ist der Ballon hier. Ist ja krass. Ein Ending. Ohne zu überlegen, bestieg Pikachu diese Flugmaschine. Es waren ungefähr 100 verärgerte Leute darum, die sich gegenseitig mit Hass ansahen. Dann fing der Fahrer an, alle ohne ersichtlichen Grund durch die Hintertür hinauszuwerfen. Battle Royale. Sehr schön. Ende 77 haben wir freigeschaltet. Okay. Wir sind in den Fortnite-Bus eingestiegen. Sehr schön. Die meisten Passagiere starben nach dem Aufprall auf dem Boden. Andere nutzten ihre Hühner, um den Sturz zu verlangsamen und suchten nach Waffen, um die verbliebenden Überlebenden zu töten. Pikachu ging einfach nach Hause und versteckte sich unter seinem Bett, bis keine Schüsse mehr Zuhören waren. So schön. Können wir noch etwas auf der Wolke machen? Vielleicht können wir die auch als Absprung Mittel zum Nachdünnen nehmen. Hüpfel, hüpfel. Der Bus wird da nicht mehr rum sein. Und von der Wolke kommen wir bestimmt hier oben auf die Klippe drauf. Und hier gibt es einen Hinweis. Okay. Hier ist die Wolke wahrscheinlich nur für den Bus. Sehr schön. Das findet ja auch nichts. Schade. Irgendwas muss hier noch sein. Wenn wir da rein kommen, weiß ich auch noch nicht. Und Hinweis. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Aber ohne Haken kommen wir hier nicht mehr raus. Da sind wir hier gefangen. Mit der Waffe und dem... Wie kommen wir mit der Waffe hier noch... Schade, wir können es nicht selbst erschießen. Mit der Haken kommen wir hier nicht weiter. Hier kommen wir nicht hoch. Das ist blöd. Und... Suizid Pikachu. Hm. Tja, also... ... ... ... ... ... ... ... Er schießt die Hochstapler-Prozesse mit der Schrotflug. Das war mir schon, dass wir damit drauf bekommen. Das ist mir schon klar. Ah. Ja, danke. Danke. Komplettlösung. Auf die Idee werde ich nicht bekommen. Das hätte ich noch lange gebraucht für. Das hätte ich nicht. Das hätte ich wirklich nicht. Da werde ich nicht drauf bekommen. Die einfachsten Ideen... ... kommen einem halt eben nicht. Wir bauen die Schraufel. Ich frage mich dann... Na gut, ich lasse mich mit der Komplettlösung da hätten. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt kommen wir zum Drachen. ... ... ... ... ... Die können wir auch durch. Da haben wir uns schon erpressen lassen drunter. Das hat ein Ding haben wir schon geholt. Nein, da werden wir zu schwer. Ich mach die Wolke rauf. Ähm, oh, naja. Lässt du mich mal rein? Rein, Adobacher. Oh, sehr schön. Ich kann hier rein springen. Was haben wir eigentlich auf dem Rücken? Ist das die Schaufel oder was? Das muss für die Schaufel sein. Ich bin blöd. Gut. Ich glaube, ich habe ihm wirklich unrecht getan. Den lieben J.K. Wink. Ja, ich war halt ein bisschen... Was wollte ich als Eingeber? Praise the sun. Wo soll ich das eingeben? Was? Was? Was ist das? Ich kann es im Namens-Generator, hier beim Namens- Oh, ah, schön. Gibt es noch weitere solche Sequels? Bild-Quali. Spielen wir jetzt so weiter. Ne, keine Angst. Sprache Deutsch, das müssen wir auch mal umsetzen. Habe ich den jetzt für immer in den Skin? Habe ich den freigeschaltet? Oder? Haben wir jetzt wahrscheinlich der Skin. Spielen wieder Bario. Ich lasse den Zweck essen. So, die Schaufel. Aber wie? 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 Bis zum nächsten Mal.